Hallo und herzlich willkommen zu einer Chaos-Folge Fortnite. Alter, also wir haben hier Duo vs. Squad gespielt, ja, diesen, äh... Close and Corded-Movement. Wie heißt der? Close and Corded. So, der Typ hat mich jetzt hier kurz vorm Ding gekillt, also ich hab, der hat echt nicht mehr viel Leben gehabt. Aber jetzt beachtet, beachtet mal bitte, was jetzt passiert. Achtet mal einfach da drauf. Der fliegt jetzt in den Border... Das ist der Typ, Leute. Das ist der Typ. Derjenige, der... Genau, der springt jetzt in den scheiß Border-Kerzegen. Der ist ja gleich getötet. Ja, und... Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Jetzt hat er vielleicht noch 10... Und jetzt gucken wir auf die anderen. Die kommen jetzt von dieser scheiß Skybase runter. Ja, aber das ist ein Teammate. Ja, natürlich, die kommen jetzt von dieser scheiß Skybase runter und springen jetzt hier noch auf den Lootleg. Alter, ich raste aus, ne? Die haben... In jeder gottverdammten Runde haben wir mindestens einen der... Oder ein Team, was eine Skybase baut. Ich verstehe nicht, warum. Das gibt... Ja, siehst du ja, guck mal, die... Die haben da oben von oben zugeguckt. So, ach, ja, och, und dann... Und nur weil der Typ auch noch in den Border reingejumped ist, ja? Mussten sie nicht mal mehr kämpfen. OOOHHHHHHHHH scheiße man 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 na gut ok das wollte ich euch nochmal zeigen das ist abartig so haben die das match gewonnen mit ner Drecks Sky Base ja und weil mein Gegner mit vielleicht noch 10 Leben im Border aber Leute ihr müsst euch mal hergleichs tot gönnen ihr müsst euch mal hergleichs tot gönnen vielen vielen Dank Wiregn commenting biambam hier gleicht der Skiller am Start ercl vvvvvvvvvv줘 úllb vvvvvvv aftermuzzzvvvvvvvvvzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgvvvvvvvvvvvv2vvvvvvvvvv